Das ist Iguain, der 19-jährige Neuzugang aus Argentinien, Stürmer, Partner von Ljub van Nistrooy, der auch leicht angeschlagen ist. Real im königlichen Weiß, da sind wir hin und ist geblieben. Von rechts nach links, Ballverlust Roberto Carlos an Jamiic. Das ist gut und das ist das 1 zu 0, das gibt sich, das ist das schnellste Tor in der Geschichte der Champions League. Räumakein. In der 10. Spielsekunde, Tor für den FC Bayern München durch unseren Spieler mit der Nummer 10, Roy!